Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Ich bin Christine und ich stehe gerade hier in Karlsruhe vor dem Evangelischen Oberkirchenrat, denn dort arbeite ich. Genauer gesagt im Religionspädagogischen Institut. Dort arbeite ich natürlich nicht allein, sondern ich habe ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen und zwei meiner Kollegen, Uwe und Lutz, die haben gesagt, ich soll ganz schnell zu ihnen ins Büro kommen. Sie müssen mir etwas erzählen. Und wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mit. Hallo Uwe, hallo Lutz. Ihr wolltet mich sprechen? Hallo Christine. Was gibt's? Hallo Lutz, schön, dich zu sehen. Hallo Christine. Du, wir hatten eine ganz tolle Idee, Uwe und ich. Wir dachten, wir schicken die Kinder in diesem Jahr auf Spuren zu. Mir ist aufgefallen, manchmal im Freibad, wenn ich aus dem Wasser komme, dann sind da Spuren von mir zu sehen. Und es gibt doch noch viel mehr Spuren zu entdecken. Ja, wir dachten, wir setzen die Kinder auf Gottesspuren. Und da gibt es bestimmt eine Menge zu entdecken. Dazu haben wir was vorbereitet. Da gibt es so eine Kiste. Da können die Kinder dann ihren Namen reinschreiben. Und wir haben auch noch eine Lupe vorbereitet, für die die Kinder die Spuren Gottes in ihrem Alltag entdecken und vergrößern können. Und wir haben dazu auch so etwas wie ein Spurenprotokoll. Da können sie aufschreiben, welche Spuren Gottes sie gefunden haben und uns zuschicken. Da würden wir uns freuen. Und die Spurensucher, die bekommen von uns so ein Armbändchen. Und dir lege ich jetzt mal eins an. Okay. Und dann wäre es super, wenn du dich mit den Kindern auf den Weg machst und einfach die Spuren Gottes suchst. Über die Sommerferien? Über die Sommerferien. Wir gehen los. Tschüss. Tschüss. Hallo Frau Springhardt. Ja, hallo. Darf ich Sie kurz stören? Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich soll lauter Spuren von Gott suchen. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe ganz viele Dinge gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Spuren von Gott sein könnten. Und ich dachte, Sie als Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Sie können uns sicherlich helfen. Ich habe einfach mal alles mitgebracht. Schauen wir doch mal. Also ich finde schon. Ah, ich sehe schon. Du hast genau geguckt. Ich lege ich es mal. Das kann man, wer weiß, noch benutzen. Lege ich mal hier hin. Also ich finde schon, dass es nach Spuren aussieht. Zum Beispiel hier die Sonne. Wenn so im Sommer die Sonne so richtig scheint und dann irgendwie alle am Strand liegen oder ich im Wald spazieren gehe und es mir richtig gut geht. Das ist so eine Spur Gottes für mich. Oder das ist eigentlich noch mehr so, wenn es erst geregnet hat und dann die Sonne scheint und dann so ein Regenbogen entsteht. Dann so groß am Himmel. Dann denke ich, so eine Spur Gottes. Das ist wie wenn ich vorher ganz traurig war und dann plötzlich geht es mir wieder gut. So ist so ein Regenbogen. Und das ist echt eine Spur Gottes. So wie hier bei den beiden. Der ist glaube ich ganz schön traurig und seine Freundin oder vielleicht auch die große Schwester, die tröstet ihn. Und dann ist er schon nicht mehr ganz alleine. Wenn ich nicht mehr ganz alleine bin, dann merke ich auch, Gott ist bei mir. Auch eine Spur Gottes. Und das finde ich ziemlich klar, eine Spur Gottes. So ein Herz. Da denke ich an Menschen, die ich besonders lieb habe oder dass Menschen mich lieb haben. Oder dass es ein neues Leben gibt, wenn ein kleines Geschwisterchen geboren wird. Also so ein Herz ist auf jeden Fall so ein Zeichen für eine Spur Gottes. Aber mir fällt noch was anderes ein. Hier in der Bibel stehen ganz viele Geschichten drin. Das sind auch so Spuren Gottes. Geschichten, die kennst du vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Religionsunterricht. Manchmal muss man schon ziemlich genau gucken. Deswegen ist es mit der Lupe super. Die können wir mal hier auch als Buchzeichen verwenden. Und dann in diesen Geschichten, da erinnere ich mich manchmal dran, da ist eine Spur Gottes. Oder ich lese ein bisschen in der Bibel und sehe, da so ist es mit Gott. Also, es lohnt sich auch, in der Bibel zu suchen. Ich glaube, es gibt ganz schön viele Gelegenheiten, Spuren Gottes zu finden. Das solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Dankeschön. Und ich werde im Sommer weitersuchen. Spuren Gottes, deswegen habe ich schon das Band an. Und ich hoffe, ihr sucht alle mit. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns bei der Suche. Viel Spaß. Das ist eine ganz schön knifflige Aufgabe, die wir da bekommen haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir sie gemeinsam lösen werden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Spurensuche und vor allem ganz viel Spaß. Habt einen schönen Sommer. Bleibt behütet. Wir freuen uns auf eure gefundenen Spuren im Herbst. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020